hi leute heute machen wir ein video über den dritten tag vom angel event mondreich wir gehen mal zum auftrag mondstadtfischer ja gut komm her mr mondstadtfischer we are going to visit you aber erstmal glaube ich sollte mir ganz kurz ist auch im video ok kurz angereichertes und ich habe gerade da eine 157 gesehen wir wollen das ja nicht vorlaufen lassen und 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 Hmm. Die Wahrheit über den Mond Leviathan. Ja, es geht also ins Schlummerdrochenthal. Hier bleiben wir wahrscheinlich wieder überall hängen. Oh, geht's ugo. Oh. 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 Tasche mit Fossilien, ich muss mal kurz was gucken. Sollte Sonne. Oh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Neues Fischertraining Auftrag abgeschlossen Ja, ich glaube Tag 3 hat gar keine Herausforderung zum Fischefangen Ja, ähm Dann war's das wohl mit dem heutigen Video Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr mehr Videos zu Genshin Impact haben wollt Dürft ihr gerne meinen YouTube Kanal abonnieren Und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag Und sagt mal bis zum nächsten Mal Bye bye If you lie on the ground